In diesem Video werde ich Ihnen zeigen, wie man eine Katzenhütte baut. Ich habe vor ein paar Jahren schon mal so ein Video über so eine Katzenhütte gemacht. Und allerdings, die Katzenhütte damals war ziemlich kompliziert, sehr aufwendig zu bauen. Erforderte viel Klebestoff, auch viel Zeit. Das hat mal ca. 3-4 Stunden gedauert, bis ich die gebaut habe. Ich habe jetzt hier ein neues Konzept von der Hütte, die viel einfacher ist. Wir sind schneller, ca. eine Stunde benötigt die, braucht man dafür, um die zu bauen. Und der erste Schritt bei dieser Hütte ist erstens, dass man sich so eine Folie holt. Nennt man Malerfolie. Das benutzen Maler, um Möbel abzudecken, bevor sie decken oder Wände malen. Und diese Version ist extra stark, also die reißt nicht so einfach. Und die lege ich dann erstmal als Grundlage auf den Boden. So, dann kommt der nächste Schritt. Und zwar, man braucht dann einen kleineren Karton. Der ist circa, also hier ist meiner hier. Ich lege es mal hier in den Karton. So sieht er dann aus. Das ist jetzt ein kleiner Karton. Und den tut man dann zusammenfalten und kleben. Und würde dann so ausschauen. So, das ist jetzt das fertige Produkt. Und ich habe den Karton einfach zusammengefaltet und geklebt. Man sieht hier die Klebstreifen. Und dann am Ende habe ich dann, ich habe ihn ja so komplett zu. Wie als ob ich jetzt den per Post versenden will. Ich zeige euch mal ein bisschen von weiter. Zusammen, total zugeklebt. Und dann habe ich dann eine Luke hier geschnitten. Mit so einem Messer. Und die Maße dieser Luke sind 16 Zentimeter mal 16 Zentimeter. Meiner Erfahrung nach ist es mehr als ausreichend für jede Katze. Egal wie dick oder wie groß. Die Maße des Kartons sind, also wenn man von oben betrachtet, sind das 40 Zentimeter mal 40 Zentimeter. Habe ich auch gesehen. Ich habe gesehen, die meisten Katzen brauchen nicht mehr Platz als 40 mal 40. Und die Höhe ist, je nachdem was man jetzt von Kartons kriegt. Ich habe die hier, haben eine Höhe von ca. 300 Millimeter. Und die habe ich jetzt, wir reden jetzt hier 2015, habe ich jetzt online bestellt. Und die kosten 28 Euro für 15 Stück. Also man kann 15 solche Kartons kaufen für 28 Euro. Oder man sucht sich woanders andere Maße. Aber so, man darf den Karton nicht viel größer machen, weil da drin wird jetzt die Katze liegen. Die streuende Katze wird dann da drin liegen. Und man tut das dann mit Stroh befüllen. Und wenn dieser Karton zu groß ist, dann wird es der Katze nicht warm. Oder wenn er zu groß ist, muss man gegebenenfalls viel mehr Stroh reinlegen. Deswegen habe ich den so klein wie möglich gehalten. Aber groß genug, damit eine Katze und auch Stroh reinpasst. Okay, das ist jetzt der innere Karton. Jetzt kommt, zu dem inneren Karton kommt dann ein äußerer Karton. Und der sieht dann so aus. Und den habe ich auch teils geklebt. Also oben habe ich noch offen gelassen. Und unten ist schon alles zu. Und was dann passiert ist, dass ich den da hier reinlege. Und so ist dann die Endform der Hütte. Und ausschlaggebend für die Maße des äußeren Kartons ist, dass man genügend Freiraum hat hier. Weil hier in diesen Freiraum kommt dann Styropor rein. Und deswegen hier, je mehr man Freiraum hat, desto besser. Natürlich nicht so viel Freiraum. Also jetzt hier in dem Fall habe ich hier 10 cm. Hier habe ich auch circa 10 cm. Und hinten natürlich ist viel mehr. Aber für mich war es ausschlaggebend hier, dass ich mindestens 10 cm habe. Weil da kommt dann das Styropor rein. Und dann kann ich das Ganze hier so positionieren. Die Maße des äußeren Kartons in meinem Fall, die Maße sind dann 800 x 600 x 600 mm. Also 80 cm x 60 cm x 60 cm. Und ich habe davon 5 bestellt. Und alle 5 kosten 25 Euro. Also einer kostet circa 5 Euro. Und das sind jetzt die zwei Kartons sind jetzt drin. Und jetzt kommt jetzt das Styropor. Da sind jetzt die Styroporplatten. Ich habe die Styroporplatten, die ich benutze, jede ist 5 cm dick. Und am Endeffekt wird so gemacht, dass ich dann die Styroporplatten schneide, dass sie in den Karton reinpassen und sie dann platziere. Also circa so. Also zum Beispiel hier kommt jetzt eine. Natürlich. Unten auf dem Boden kommen ein, zwei Styroporplatten unten. Da ist 10 cm unten. Dann kommt zu der Seite, kommen auch. Moment, ich hole noch eine. Das ist nur als Beispiel. So. Dann kommen hier die Platten so rein. Natürlich geschnitten. Ich habe sie jetzt hier nicht geschnitten. Und so füllt man diesen ganzen Bereich hier. Natürlich, außer hier vor der Luke kommt kein Styropor. Man legt ein Styropor dann hier. Also von da bis zum Rand des äußeren Kartons. Und wieder von hier. Und dann ist hier wie eine Art Tunnel. Und dann, wenn man weiß, wo das Tunnel ist, dann kann man dann hier die Luke in dem äußeren Karton schneiden. Deswegen habe ich sie vorher nicht geschnitten. Weil damit ich das genau hinkriege, mache ich das erst fertig. Und dann kann ich ganz leicht die Luke in dem äußeren Karton schneiden. Auch, was ich oft mache, ist so, dass man kann auch die Luke im äußeren Karton, muss nicht direkt vor dieser Luke stehen, sondern man kann sie auch versetzt. So, das heißt, wenn so Wind ist oder so, dann schießt der Wind nicht direkt in der inneren Luke, sondern der Trubel dann hier in dem Tunnel. So habe ich es gemacht. Also ich habe zum Beispiel in einem kleineren Karton, da waren die Luke immer zur Mitte. Man kann sie auch leicht zu einer Seite versetzen. Und dann im äußeren Karton versetzt man die Luke zu einer anderen Seite. Und so, zwar muss die Katze eine Biegung machen, aber trotzdem ist es dann unter so Wind und so kommt das nicht so leicht rein. So, das ist jetzt ungefähr so die Arbeit. Und dann, wenn man das Styropor drin hat, dann macht man quasi, ich mache mal das Styropor wieder raus. Weil ich meine, das Styropor kann man dann mit so einem Cutter, so wie hier, so einem Cutter, kann man das Styropor leicht schneiden zu den Maßen, die man benötigt. Und dann, wenn das alles fertig ist, macht man den äußeren Karton zu. Dann ist der jetzt gefüllt mit dem inneren Karton und dem ganzen Styropor. Und sobald der Karton, der äußere Karton zu ist, macht man es geschwind zu, nur dass man das so besser sehen kann. So, jetzt ist der äußere Karton zu, mit Luke da vorne. Und jetzt tut man die Folie, diese Malerfolie, tut man dann um den Karton rummachen und dann zu kleben. Und so ist der Karton dann auch wasserdicht und wird nicht nass. Ob es jetzt von Regen ist oder von irgendeiner Katze, der so wird nicht nass, ist dann wasserdicht. Und auch geschützt vor andere Schäden. Und diese Folie tut man einfach mit Klebeband dann zu, also um das Ding zu kleben, um die ganze Box zu kleben. Und natürlich hier bei der Luke dann, muss man dann die Folie dann, ein Teil von der Folie dann mit dem Cutter, mit dem Cutter hier, muss man dann ein Teil der Folie dann schneiden, damit der Eingang frei ist. So, und dann wäre die Hütte dann komplett fertig. Und dann kann man die Hütte platzieren, wo man es will. Auch hilfreich wäre, wenn man die Hütte nicht direkt auf dem Boden so platziert, sondern dass man sie auf irgendwelche, so kleine Ständer, zum Beispiel Holzteile, oder sogar, man hat ja dann durch das Styropor schneiden, hat man dann viele Abfälle. Man kann die Hütte dann auf solche Beine dann stellen. Ja, so, die müssen ja nicht gleichmäßig sein, aber dann steht die Hütte dann auf solche Styroporbeine und ist dann hier unten, kommt die Kälte nicht vom Boden durch zur Hütte. Das wäre jetzt eine Hütte, die sehr einfach zu machen ist. Styropor findet man in jedem Baumarkt. Ich habe jetzt keine Ahnung, was es kostet, aber es war auch keine große Menge. Da haben die Kartons mehr gekostet. Und somit in einer Stunde kann ich locker so eine Hütte zusammenstellen. Also das heißt, man kann sehr schnell so eine Hütte erstellen. Der Dreck vom Styropor schneiden bleibt auf der Folie. Hier kann man die Folie dann, wenn man die Folie dann um den Karton klebt und so, ist es dann auch erledigt. Und man muss dann vielleicht nur noch ein bisschen den Boden danach saugen, aber so viel Dreck ist es nicht. Man braucht auch vielleicht eine Rolle Klebeband. So eine Rolle Klebeband. Und mit dem kann man dann die Boxen zukleben und dann auch das Endresultat zukleben und dann die Folie auch um die Boxen kleben. Und so ungefähr lässt sich eine Katzenhütte sehr schnell bauen. Gerade für den Winter ist so eine Hütte sehr effektiv und schützt den Katzen vor Regen und Kälte und so weiter. Ich habe meine Hütten, habe ich jetzt nicht so im Freien. Ich habe schon jetzt drei solche Hütten gebaut und die stehen bei mir nicht im Freien, sondern ich habe so einen Schuppen und in dem Schuppen stehen die. Und die sind jetzt bis jetzt alle besetzt, deswegen muss ich jetzt noch einen weiteren bauen. Und nicht vergessen, in der inneren Hütte, in der inneren Hütte muss man hier Stroh reinlegen und ich würde das Stroh so füllen, dass quasi hier wie eine Art, dass die Katze dann, wenn sie reingeht, ist so wie eine Art Strohtunnel, weil das Stroh ist eine gute Dämmung ringsrum für die Katze. Und der kann sich auch in dem Stroh reinbütteln. Ich werde keine Handtücher oder so Decken reingeben, weil die werden schnell dreckig oder nass oder so. Deswegen werde ich hier Stroh reinstellen, auch so Stroh füllen, dass gerade so der Arm reinpasst. Und die Katze wird sich dann eine Mulde durch ihre Form, also durch ihren Körper, wird sie dann sich eh eine Mulde da bilden und dann kann sich hinlegen. Und wenn man in solchen Hütten mehrere Jahre Laufe hat, würde ich im Sommer immer checken oder vielleicht immer Stroh nachfüllen, weil mit der Zeit wird das Stroh zusammengedrückt und dann ist hier viel Leerraum, der eigentlich keine Wärme bietet. Und deswegen tue ich dann immer im Sommer, wenn ich weiß, keiner liegt drin oder keiner benötigt, tue ich dann immer so Stroh nachfüllen, dann ist es immer schön voll. Und das ist ungefähr so, wie man so eine Katzenhütte baut. Das, wie gesagt, dauert ca. eine Stunde. Kosten sind, lass mal überlegen. Also die Kartons, der Innere vielleicht 2 Euro, der Äußere vielleicht 5 Euro, der Styropor vielleicht, was weiß ich, vielleicht 15 oder 20 Euro, das Klebeband ein paar Euro, so da sind wir dann quasi 27, 27, ja so bei 30 Euro haben wir dann eine komplette Hütte und die Folie natürlich auch ein paar Euro, sind wir bei 30 oder 35 Euro, haben wir dann eine komplette Hütte bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.